Hallo ihr Lieben! Unser Buch der Woche ist Die Insel der Unschuldigen von Jess Kitt und erzählt die Geschichte zweier Kinder, die in ganz verschiedenen, aber gleichermaßen ungerechten Welten leben. Zwischen den beiden Geschichten liegen über 350 Jahre und trotzdem konnten wir uns kaum entscheiden, welche von beiden uns besser gefallen hat. Lest euch unbedingt meine Rezension im Blogbereich auf pocketbook.de durch und holt euch dieses besondere Buch.